Ja, heute 6. September, es ist jetzt 11.20 Uhr, bin ich gerade an der Playa de Palma. Ohne Gimbal, ohne externe Mikrofone, einfach nur mal ganz kurz so, muss kurz 10 Minuten warten. Ich habe gleich einen Termin beim Mallorca 1 Radio, beim neuen Radio, das hier an der Playa de Palma ist. Die wollen ein kurzes Interview machen, fast genau hier drüben, fast beim Sven Gonzales um die Ecke. Ja, da muss ich jetzt 10 Minuten warten. H12 Amotamin, ein bisschen bewirbt heute. Ich sorge natürlich, wenn das Bild heute ein bisschen wackelt. Der Ton ist vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe mich darauf vorbereitet, mit der ganzen Technik, dass ich hier ein paar Minuten entlang laufe. Was macht das? Ja. Okay. Waal. Ja. Die Egnisse sind gut belägt. Schwül ist es heute, 2-3 Grad kälter, glaube ich, aber wieder ganz schön schwül. Die Egnisse sind gut belägt. 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 Lasst es euch gut gehen, wann auch immer das Video steht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.